Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Gut, let's go. Hier schon mal ein Lektor. Okay, sehr schön. Untertitelung. BR 2018 Was? Nein. Oh oh, dat klang überhaupt verdammt nicht gut. Scheiße. Charlie. Okay. Verdammte, zwei Sniper. Ist gar nicht gut. Boah. Mist, war das knapp. Leute. Scheiße. Verdammt. Wie viele Sniper sind hier? Das kann ja nicht sein. Komm, 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 komm. Junge. Alter, alter voll mit Sniper. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Wird nicht einfach. Dat wird nicht einfach. Der dreht sich weg. Ja. Der muss sich auch noch wegtrennen. Komm, 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 komm. Ah. Mist. Okay. Hinter dem Auto habe ich ein bisschen Dekomations. Oh oh. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Junge, verpiss dich. Okay. Gebt der rein? Ne, der kommt nicht rein. Okay. Gut. Gießen wir jetzt Autos und viel decken. Das ist sehr gut. Ich muss rein. Ich muss rein. Verdammt. Nur mal. Komm. Go, 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 go. Ah, okay. Sind alle oben. Die ganzen Sniper. Okay. Und hier komme ich hoch. Gut. Okay. Ist hier drin. Hier ist der Tür. Okay. Es sieht mich schon mal keiner, wenn ich jetzt reingehe. Alles klar. Tür zu. Ich bin drin. Oh fuck. Ganz leise. Ich will aber den Laptop, verdammt. Mist. Alter, wie kam ich jetzt zu dein Laptop? Wie kam ich zu dein Laptop? Ich muss die ausklipsen. Ich muss die ausklipsen. Ja, nicht ausklipsen. Halt. Ich muss die ausklipsen. Wie kam ich unten irgendwie? Oder so? Alter. Nicht einfach. Das merke ich. Hier läuft einer herum. Kommt er raus? Der kommt raus. Nee, aber nicht. Können wir die irgendwie ablenken? Junge, Junge, Junge. Was ist jetzt? Ey, du gehst nicht auf den Kack. Da ist ein Hüftungsschacht, da ist ein Hüftungsschacht. Was ist das? Hä? Ah, äh, äh. Äh, Trikopter. Okay. Ich hoffe, ich habe genug Deckung hier und ich bin gut geschützt. Gut, komm. Okay. Ich hoffe, der ist jetzt leise, nicht so wie der letzte. Alles klar, rein. Uah. Mist, 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 komm. Jetzt bin ich hier. Ja, super. Verdammt. Ja, toll. Das bringt mir auch nichts. Ich muss hier mal markieren, die ganzen Wichser. Junge, Junge, Junge. Nicht einfach. Okay, einer. Oh, der Trikab. Pfff. Der Trikab, der muss verdammt leise sein, Alter. Verdammt leise. Nein! Verdammt. 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 Okay, scheiße auf den Laptop. Ich... Ich... Egal. Wayne. Mist! Wo bin ich jetzt? Ah, okay. Fuck. Junge. Musst du jetzt hier stehen? Okay. Ich muss auf den Laptop scheißen. Normal. Aber... Verdammt. Ich müsste es so erledigen, irgendwie. Ich... 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 Ich hoffe mal, dass sie nicht gleich wissen, dass ich das bin. Und dass sie gleich herumschaut. Ah, hier... Hier ist Sam. Hier ist Sam Fischer. Wehe. Mann. Kann ich hier was machen? Ich kann das Licht ausschauen. Ja, super. Hä? Toll. Verdammte Kacke. Junge. Und der Schwerk gepantete. Jetzt hat das. Der kleine. Pisskopf. Mann. Wo ist der? Fett gepantete. Okay. Gut, ich schau jetzt einmal jemanden her. Ich will den Laptop. Ich will den verfickten Laptop. Warte, nicht alle. Hier war nichts, okay? Hey, guckt euch ein. Boah ey, der Fette muss kommen oder was? Scheiße. Komm, weg mit ihm, weg mit ihm, weg. Komm, Alter, gut. Hä? Wer, wer hat das gefragt? Verfickt. Wer sucht denn ihn denn? Na toll, die schauen sich jetzt beide gleichzeitig an. Na super. Okay, ich hab ne Idee. Oh. Komm, verfackt euch jetzt. Ich hab' da schon gesagt hier hin. Ich hab' da schon wieder hin. Schssst. Und tschüss. Puh. Gibt's hier eine Truhe? Ne. Okay. Ah, hier ist die Lüftenschaft. Gut, nicht, dass ihn noch jemand vermisst. Habe ich den mal hier rein. Ins Klo, zu der anderen Leiche. Okay. So. Alter Vater, okay. Ich wollte den Laptop. Tut mir leid, aber ich wollte den Laptop. Ganz dringend. Gut. Gut. Okay. So. Der fällt da noch. Häusern. So. Mit. Alles klar, die sind hier oben, die Sniper Kollegen. Das ist mir so egal. Das ist mir so egal. Gut. So. Laptop her. Alles klar. Wo komme ich denn hier hin? Warte mal. Also Tür zu. Die Türe zu. Okay. So. Wo komme ich denn hier hin? Warte mal. Warte mal. Also Tür zu. Okay. Okay. Ich komme hoch. Ah, jetzt komme ich für den Sniper. Okay. Ja, egal. Ich muss ein bisschen runter. Ja, gut. Okay. Gut. Gut zu wissen. Ah, Mist. Okay. Also. Ab zum Ziel. Scheiß gerade. Die Tür. Ah, Mist. Allt. Guuuut. Alles sieht so aus. Alter, alles zerstört. Verdammt. Was soll ich denn hier machen? Also ich muss hier nur bedienen oder so? Hä? Aha. Okay. Einmal bin ich über den Rot in den Schacht einbringen. Gut, in den Schacht, äh, bitte. Okay, hier war eine Tür, hier komme ich aber raus. Und hier ist eine Kamera auch noch. Mist. Ist hier irgendwo eine Lüftungsschacht oder so? Neh, nur ein Vertriebkorb da. Ist auch noch ein Vertriebkorb da? Mist. Okay, nochmal hier durch. Nicht einfach hier durchzukommen. Weil man nicht genau weiß, wo ich hin muss. Muss ich hier runter oder so? Hä? Wait a moment. Muss ich wieder zurück oder was? Scheitert, dass ich keine, also Minimap habe ich schon, aber scheitert, dass ich keine komplette Karte habe. Okay. Ah, ich muss hier hin oder dritt. Aha, okay. Alles klar, gecheckt. Alles klar. Und welche? Ne. Ich scan keine. Gut, hier. Okay. Okay. Oh, oh. Zen. Fuck. Du Scheiße. Oh, nö. Oh, fuck. Ich muss jetzt verdammt aufpassen. Hier ist alles. C4, Stolperträte. Verdammt. Okay. Runter. Aufpassen. Komm. Komm, komm, komm. Junge, Sam. Hä? Ach du Scheiße. Was hab ich für ein kleines Zeitfenster? Jetzt. Komm, 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 beeilig. Okay. Okay. Hoch. Oh. Oh. Junge, ist das knapp. Puh. Nicht einfach. Okay. Okay. Yeah. Okay. Ich muss noch mal warten und dann durch den Lüften-Schacht. Leute! Gut, hier kann es runter. Der fährt jetzt auch noch mal. Jetzt kommt. Runter. Den Strahl folgen. Und hoch. Alles klar. Leute! Sind hier irgendwo Laser? Nee, ich sehe keine. Also sind hier keine Laser. Aber vorher waren Laser. Warum? Stehe ich nicht. Okay, hoch. Oh, ach, du Gott. What the fuck? Mist. Das ist verdammt gut gesiegelte Ding. Scheiße. Leute. Holy fuck. Mist. Okay. Scheiße. Gut, hochkommen. Kann ich nicht. Okay. Ich muss runter. What the fuck? Das wird... Das wird nicht einfach. Okay. Erstmal überlegen. Wie lange geht der? Der geht so lang. Dann hätte ich... Warte mal. Der geht so. Dann geht er wieder zurück. Dann komme ich hier hin. Und dann bin ich hier mal safe. Okay. Jetzt. Das ist klar. Hoch. Wow. Verdammt. Ja, super. Hä? Wie kann ich hier weiter? Wie kann ich hier runter? Oder drüber? Oder wo muss ich denn überhaupt hin? Hm? Der Droh ist im Weg. Äh. Geil. Seite wechseln. Oh. Okay. Erstmal hier hoch. Okay. Huh. Gut. Gut, 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 gut. Ähm. Ich muss zu leiter. Ich muss zu leiter. Na, super. Erstmal hier hin. Alter. Nicht einfach. Gut, ähm. Jetzt muss ich hier warten. Dann springe ich runter. Oder? Das ist eine Idee. Aufpassen. Aufpassen. Hoch. Hier hoch. Gut. Okay. Jetzt wird es hier nie ausgehen. Okay. Das geht hier. Das geht hier. Das geht hier. Jetzt runter. Runter. Runter, Sam. Oh. Futtert. Und hier rein. Okay. Okay, okay, okay. Verflixt. Hoch. Oh. Ja. Geil. Okay. Huh. Scheiße. Nein. Ach, ne Drohnen auch noch. Ist das ein Witz? Okay. Runter. Huli. Fuck. Okay. Okay. Oh, oh. Alles klar. Bisschen sicher wär ich. Mann, 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 Mann. Gut, ähm, äh, verwendet habe ich eh nichts, okay, Licht aus, Mann, 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 was ist hier? Hier ist einer. Hä? Ist das ein Laser oder ist das ein Licht oder was? Das ist hier eine Falle. Nicht von oben. Äh, ne. Aber hier komm ich. Ich hoffe, ich komm hier rein. Alles klar. Ich komm hier nicht rein. Okay. Ich bin hier immer hoch. Hoch. Alter. 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 Oh, oh. Da ist eine Biene kaputt. Okay. Bestimmt ist die Beleuchtung ausgefahren. Sag ich doch. Alter. Alter. Muss hier durch, wollte ich mich verkohlen. Mata mir, Alter. Alter. Verdammt. Ich muss mal hier rein. Das wär mal wichtig. Ich komm mit nirgendwo durch, oder? Nee. Gar nix. Scheiße. Ist auch nirgendwo Lichtschalter, oder? Komm. Beweg dich jetzt. Teichef anschaut. mich kunst. Ich sympath 40. Du tzn. Webster. Verpasend, auto. Was. Gar. initially.